Michael, was ist der einfachste Marketing-Funnel im B2B, den wir ohne großen Aufwand austesten können und der möglichst schnell Termine und Demos mit Interessenten bringt? Diese Frage, die höre ich häufiger. In dieser Folge hier bekommst du genau diesen Funnel und, wie du es gewohnt bist, inklusive aller Schablonen und Vorlagen aus unserer Praxis zum Runterladen, womit du ihn sofort für euch aufbauen kannst. Kurzer Fun-Fact. 86% von euch, die diese Folge hier sehen oder hören, haben diesen Kanal noch nicht abonniert. Falls dir jemals eine Folge hier gefallen hat, könntest du mir den Gefallen tun und auf Abonnieren klicken, denn je größer dieser Kanal, desto mehr hilfreiche Inhalte kann ich rausbringen. Danke dir von Herzen. Okay Leute, eins vorweg. Das, was ich euch jetzt zeige, ist die reinste Form eines Marketing-Funnels im komplexen B2B-Geschäft, den man bauen kann, um erstens wertvollen Zielgruppenbesitz aufzubauen und zweitens schon nach 14 Tagen die Chance, auf erste Gespräche, Demos oder Termine zu bekommen. Ganz wichtig dabei, dadurch, dass wir alle drei Bausteine auf ihre schlankeste Essenz reduzieren und alle Elemente drumherum, mit denen man normalerweise erstmal die technische und inhaltliche Zielgruppenaussteuerung testen würde, weglassen, ist es bei diesem Funnel hier unendlich wichtig, dass ihr ein exzellentes Zielgruppenverständnis habt. Also, dass ihr die Triggersymptome und Schmerzpunkte möglich erkunden, denen ihr mit eurem Angebot wirklich helfen könnt, perfekt kennt und sie in Weltklasse Texte gießen könnt, also brillant im Copywriting seid. Dann kann solch ein simpler Performance-Content-Funnel auch wirklich ab Tag 1 für euch funktionieren. Für jeden der drei Bausteine gibt es eine ganz genaue Schablone zum sofort Anwenden für euch in unserem Downloads-Bereich. Kostet dich natürlich nichts, kommentiere nur einfach bitte unter das Video, dass ich dir den Link zusenden soll. Dann weiß ich Bescheid. Okay, los geht's. Baustein Nummer 1, ein nützlicher Lead-Magnet. Im ersten Schritt erstellst du einen sogenannten Lead-Magneten, also ein Stück Content-Inhalt, das so wertvoll, nützlich und hilfreich für Personen eurer idealen Zielgruppe ist, so dass sie bereit sind, das Tauschgeschäft, wertvolle Kontaktdaten gegen wertvolle Inhalte mit euch einzugehen. Dafür müssen Titel und Inhalte des PDF den Nagel wirklich auf den Kopf treffen und es muss ihnen konkrete Hilfestellungen beim Lösen ihres konkreten Schmerzpunktes geben. Wir haben es im B2B ja mit Premium-Zielgruppen zu tun. Die geben ihre Kontaktdaten nicht einfach für irgendein billiges White Paper oder einen generischen Branchen-Report her. Diese Zeiten, die sind vorbei. Erstelle zum Beispiel eine knackige Anleitung oder einen Sieben-Schritte-Guide oder eine Checkliste zu einem wirklich akuten Problem oder dringenden Ziel deiner Zielgruppe, wozu ihr tiefgehende Fachexpertise habt. In der Vorlage für dieses PDF, das du in unserem Downloads-Bereich runterladen kannst, bekommst du die fertige Schablone sogar inklusive vorgefertigten Texten und Copywriting, die du dann nur noch mit eurem exzellenten Fachcontent füllst, das Ganze kurz auf eure Farben anpasst, euer Logo reinlegst, fertig. Achte bitte darauf, dass Leads, die sich für den Lead-Magneten eintragen, in eurem CRM oder eurem E-Mail-Marketing-Tool landen, also zum Beispiel bei HubSpot, Mailchimp, ActiveCampaign, Pipedrive oder was auch immer ihr nutzt, von wo aus du ihnen dann im Anschluss E-Mails senden kannst. Das wird gleich noch wichtig. Wo und wie die Leute sich für euren Lead-Magneten eintragen, das siehst du gleich im dritten Schritt. Die Leads, die sich für deinen Lead-Magneten dann eingetragen haben, das sind noch grüne Bananen. Du hast sie schon mal zu euch nach Hause mitgenommen. Sie sind aber noch nicht reif. Sie werden noch nicht bei euch anklopfen und morgen sofort sagen, hey, schönen guten Tag, ich würde gerne bei euch kaufen. Damit das passiert, musst du einen sehr starken Baustein deinem Funnel hinzufügen, um jetzt aus diesen grünen Bananen schöne, saftige, reife, gelbe Bananen zu machen. Und genau das ist Baustein Nummer 2, nämlich ein Webinar. Du erstellst und terminierst also ein Live-Webinar 14 Tage, nachdem du deinen Funnel eingeschaltet hast und lädst alle Leads, die sich in diesen 14 Tagen bereits für euren Lead-Magnet eingetragen haben, zu diesem Webinar ein. Sowohl die Einladungs-E-Mails als auch die Inhalte des Webinars musst du nach einem ganz bestimmten Schema erstellen, damit alle vier wichtigen Webinar-Conversions maximal erhöht werden für euch. Das sind nämlich erstens die Opt-in-Rate, also wie viele von den Leuten, die du einlädst, dann auch wirklich sich anmelden für dein Webinar. Zweitens die Show-up-Rate, von denen, die sich angemeldet haben, wie viele von denen tauchen auch wirklich auf. Drittens die Retention-Rate, wie lange bleiben die Leute bei dir im Webinar, am besten bis zum Ende. Und dann Nummer 4, die Conversion-Rate hinten raus zu einem persönlichen Termin zu dir. Für den inhaltlich exzellenten und psychologisch-conversion-optimalen Aufbau eures Webinars bekommst du im Download-Bereich übrigens eine komplette Vorlage für deine Webinar-Slides. Auch hier wieder inklusive Copywriting-Schablonen, sodass du eure Inhalte nur noch wie Malen nach Zahlen einfügen musst. Und im Video, das wir dir hier rund um diese Folge verlinken, da siehst du nochmal tiefergehend, wie du ein gutes Webinar erstellst und auch wirklich richtig durchführst. Wenn du in deinem Webinar maximalen Mehrwert lieferst und deinen Teilnehmern noch mehr wertvolle Impulse gibst, womit sie ihr Problem oder ihr dringendes Ziel lösen können und euer Angebot am Ende so vorstellst, wie du es in der Schablone siehst, dann hast du sehr große Chancen, dass einige Teilnehmer des Webinars danach einen Termin fürs persönliche Gespräch oder eine Demo mit euch vereinbaren. Ganz wichtig noch, das Thema des Webinars, das muss exakt das gleiche Thema sein, wofür die Leute sich initial für deinen Lead-Magneten angemeldet haben. Sonst entsteht nämlich ein inhaltlicher Bruch in deinem Funnel und die Rechnung geht nicht auf. Baustein Nummer 3 Natürlich wollen wir jetzt noch ganz oben im Funnel Traffic der richtigen Zielgruppe einschalten und Personen eurer Zielkunden unternehmen, denen ihr wirklich helfen könnt, dazu motivieren, sich für euren Lead-Magneten überhaupt erst einzutragen. Dafür bieten meiner Erfahrung nach LinkedIn Lead-Gen-Ads die beste Möglichkeit, um laserscharf nur solche Personen anzusteuern, die zu 100% eure idealen Kundenprofile erfüllen. LinkedIn Lead-Gen-Ads solltest du nach einem ganz bestimmten Schema aufsetzen, auch hier exzellentes Copywriting und ausgeklügelte Bilder als Creatives nutzen, damit du sehr günstige Kost per Lead bei nahezu 100% Lead-Qualität erreichen kannst. Dazu empfehle ich dir, den LinkedIn-Ads-Leitfaden zu nutzen, den du ebenfalls in unserem Downloads-Bereich for free runterladen kannst. Schau dir außerdem dieses Video hier im Kanal mal an, das wir dir jetzt hier rund um diese Folge verlinken, um noch mehr Praxisbeispiele für solche Lead-Gen-Ads auf ganz, ganz hohem Niveau zu bekommen. Ja, und wenn du diese drei Bausteine nun wie ein Schweizer Uhrwerk präzise aufeinander abstimmst und ein exaktes Bedürfnis eurer Zielgruppe triffst, dann führt eigentlich kein Weg mehr daran vorbei, dass nach deinem Webinar Interessenten auch wirklich mit euch sprechen wollen. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung und der unserer Kunden sagen. Wie gesagt, kommentiere gern einfach drunter, sodass ich dir den Link zum Downloads-Bereich zusenden kann. Wenn du beim Aufbau eures B2B-Marketing-Funnels Hilfe gebrauchen kannst, schreib mich gern auch einfach jederzeit auf LinkedIn an, dann schauen wir einfach mal, ob und wie ich vielleicht helfen kann. Um noch mehr Taktiken kennenzulernen, wie du eure E-Mail-Liste oder euer CRM mit Kontakten eurer exakten Zielgruppe füllst, die du dann ja auch anschließend wieder zum Webinar einladen kannst, empfehle ich dir als nächstes Mal, dieses Video hier anzusehen. Das heißt nämlich E-Mail-Liste aufbauen, die drei erprobten Wege. Das passt da jetzt sehr, sehr, sehr gut zu. Ich hoffe, das Ganze war hilfreich für dich. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, dein Michael Assauer.